Hau ab jetzt! Gibst du mir mal bitte, ich bin hinter dir, blind schleiche. Und ich muss schon wieder Nase putzen. Ja, bitte. Oh, hallo! Mensch, du willst wenigstens das Mikro ausmachen. Boah, ich hab das Mikro sowieso angehabt, also du konntest mich nicht hören. Guck mal, unser Ding ist wieder aus, unser Feuer. Da hab ich aber Druck auf den Ohren davon, ey. Das warst du gerade. Komischer Luke Skywalker. Hi und herzlich willkommen zu Zomperay mit Indiana Spooky. Und Sandy Crawf. Guten Tag, und Tosnelda sitzt hier glaub ich auch, oder? Irgendwas hab ich miauen gehört, ja. Ich dachte, das wärst du, aber... Ist das nicht Tosnelda? Ich seh die Schrift gar nicht mehr. Nee, anscheinend nicht. Hallo? Deine Katze ist es aber. Ich dachte eigentlich, das wär Tosnelda. Genau, wir sind ja noch dabei, die Mobfarm zu bauen, immer noch. Immer noch. Unser Lieblingsbord, ne? Ich hol jetzt mal... Ich mach jetzt Druckplatten. Wir haben ja hier Holzbretter, glaub ich. Glaube ich zur Notweite hier. Wie viel brauchen wir denn? Ich nehm mal hier einen halben Zick raus. Oder haben wir hier irgendwo Druckplatten? Nee, haben wir nicht, ne? Wir brauchen acht Stück, soweit ich weiß, ne? Ja. Ja. Ach, du? Ja. 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 Ja, 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 ja. Oh Gott. Hätte ich auch ein bisschen einfacher machen können, aber ich mach's jetzt so. So, was braucht man eigentlich noch? Als Untersetzer können wir ja Nisa-Ziegel nehmen, oder ne, Birkenholz. Weil ich glaub, da ist der Jal, die spawnen ja auf allem, ne? Oh ja, ja. Ähm, was brauchen wir noch? Ähm, jetzt brauchen wir noch Kolben. Also nicht Spookys Kopf, sondern einen richtigen Kolben, weil Spookys Kopf ist ja genauso groß wie ein Kolben. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die nochmal gingen. Da braucht man nämlich auch Cleanstone. Genauso groß wie dein Hintern. Was? Genauso groß wie dein Hintern. Du weißt ja gar nicht, wie groß mein Hintern ist. Doch. Nee. So, wie ging denn nochmal Kolben? War das auch mit Redstone? So groß, dass er den Stuhl zum Quietschen geht. Wir gehen Kolben, du Quatschtüter! Ähm. Oh. Holz und... Eisen? Ach doch, Eisen, ne? Oh ja. Und Cleanstone, soweit ich weiß. Aber wo kommt denn das Eisen hin? Ähm. Ich glaub, nur Eisen gibt die Form, oder? War das nur Holz? Oh, da bin ich mir nie sicher, den vergesse ich immer, ja. Jedes Mal, die sind doofen Kolben. Wie muss ich das legen? Ähm. Warte, ich muss mal auch mal kurz, äh, Werkbank. Also. Was das wirklich vorstellen sie können. Ich glaub, entweder kommt oben das Dreifache Holz hin. Warte mal, ich glaub, ich weiß wie. Nee, auch nicht. Kann ich was ist andersrum? Auch nicht. Mir ist eigentlich so, als wär da noch Cleanstone, weil das ist doch mit Stein. Ich hab gemeint, da wär noch ein Redstone dabei gewesen, aber... Ich weiß nicht. Du hast doch Vicky Dingens. Äh. Also so geht's nicht. Dann guck mal eben nochmal. Ey, das vergessen wir jedes Mal. Ja, aber echt. Warte, ich probiere das auch noch, wenn ich das gerade überlegt hatte. Spooky ist voll der Loser. Loser hier, ey. Ich hau dich mal. Los, guck, Vicky. Vicky, 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 Vicky. Was mach ich denn so lange? Was brauchen wir eigentlich noch? Vicky und die Wikinger. Die brauchen noch mehr, ähm, Holz, ne? Ach, hier ist ein Birkenholz ins Deck. Also Lock. Äh. Nehmen wir gleich mittelsprochen rein. Warum schmeißen das Holz weg? Du sollst doch gucken, Vicky, sonst darf es noch länger. Warte, ich muss noch eins mal gucken. Und dann kauft gerade jemand unser Eisen auf. Der Senglock. Unser Glowstone-Spender. Wo hab ich nur noch das Glowstone hingepackt? Sonst drei Stacks hat er. Unser vier Stacks hat er gefarmt. Oh cool. Ja, der war da und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Aber ich konnte ja leider nicht, weil ich musste ja schnippeln. Ja, dann ist das gefarmt. Und wie geht's nun? Warum hält's nur rum? Oh, keine Ahnung. Du sollst doch bei Vicky gucken, sonst stehen wir hier noch drei Stunden. Ja, ich muss bestimmt mal auf den Browser hier, warte. Komm, mach hin. Ich guck gleich selbst. So, was mache ich denn so lange? Hier mal die Farm aktivieren. Das nächste Mal mal dran denken, Vicky aufzumachen, bevor wir aufnehmen. Du stürnst schon wieder wie ein Opa. Das erinnert mich so an mein Video. Und jetzt läckst du voll. Irgendwie lädt dein Bruder schon wieder Pornos, glaube ich. Ja, das stimmt. Das will ich ja und der ganzen Scheiß. Achso, das kann natürlich sein. Und der ganze Scheiß, genau. Kolben. Redstone. Komplexe Kolbenverlängerung. Was? Wenn du sagst, was Kolben gucken. Ja, hab ich. Warte. Warte, dann gebe ich die Materialien. Achso. Ja, nee. Koppel brauchen wir noch. Hatte ich doch. Aber wo mache ich das? Ach, ich dachte, es klingst du. Und Redstone. Und wie lege ich das? Ne. Also kein Holz. Du machst oben die drei Holzbretter. Okay. Und dann links nach unten und rechts nach unten den Koppel. Oh, bist du leggie. Okay. Und dann in der Mitte? Links. Okay. In der Mitte Eisen und ganz unten in der Mitte Sturm. Ah, okay. Ich habe jetzt 13 Kolben gemacht. Wie viele brauchen wir denn? Eigentlich brauchen wir bis 8, ne? Aber dann haben wir ein paar Reserve. So, ich gebe dir die mal, weil du weißt ja, wie das Ding zu bauen geht. Obwohl ich baue das lieber mal, wa? Das wäre ja mal schlau. Dann brauche ich ja den Repeater. Weil dann sehen die Leute das mal, wie wir das bauen. Genau. Und du sagst mir an, wie ich das, falls ich was falsch mache. So, warte mal. Ich mache mal ein bisschen Zeug wegräumen. Noch mal ein bisschen experimentieren. Oh Gott. Du hast es nicht an mir rum experimentieren. So lange her. Aber rumdoktern. Warte, dann gebe ich dir mal Birkenholz. Weil das brauchen wir ja nachher noch für die Wände weitermachen nach oben. Genau. Dann hast du das für später dann schon. Alles Gott, okay. Okay. Na, ich habe schon mal Netherrack ein bisschen an Öfen geklatscht. So, brauche ich noch irgendwas. Ein bisschen Erde wegräumen hier. Und der Spuki macht nur Dreck. Und der quatscht dann noch dazwischen. Achso, genau. Du kannst ja mal hier nachpflanzen, wenn du magst. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das bloß aktiviert. Dann gehe ich schon mal losbauen. Achso, ich brauche noch die Hopper. Ja. Ich komme mal zu dir. Wo warst du denn? In andere Richtung da. Ja, voller Frauen. Boah, ich wollte eigentlich direkt landen. Dankeschön. Dankeschön. Liegt der schön. Wie verbinden wir das mit den Hoppern eigentlich? Das müssen wir ja in der Luft machen. Oder kann man das durchplumpsen lassen? Ja. Ne, ne? Die bleiben ja dann drin liegen. Ähm. Da können wir mehrere Kisten höchstens anschließen. Und? Das ist echt eine gute Frage. Wie war das? Das machen wir denn. Dann machen wir mit den mehreren Kisten verbinden. Das klappt schon irgendwie. Ja. Auch. Opsa. Ach, jetzt muss ja hier nochmal Boden rein, fällt mir gerade ein. Hier muss ja nochmal Boden hin. Ich brauche dich doch mal hier. Okay. Weil hier muss ja auch noch Boden rein. Soll ich direkt kommen? Ja, wäre schon. Ich weiß jetzt gar nicht wie ich das mache. Ja, warte ich komme. Deswegen. Weil hier muss ja auch noch ein Boden hin. Bloß das macht sich gerade scheiße. Hier bin ich. Oh, das ist jetzt doof. Ah, das ist jetzt doof. Ah, doch kommt denn. Da müssen sie drauf plumpsen müssen, ne? Ja, doch. Klappt schon. Weil hier kommt ja eben Wasser fließt ja irgendwo da lang. Und hier kann man ja Half Steps zum Block hier hin machen. Das klappt schon irgendwie. Hier muss man bis jetzt den Boden rein machen. Ich muss mal gucken. Vier Stück muss ja hier hin. Das kann man nachträglich jetzt in der Mitte die vier Stück wieder frei machen. Das Loch sozusagen. Ja. Genau. Aber jetzt mal einfach zu. Genau. Oh. So meinten wir es eigentlich nicht. Spucki! Das warst du. Ja, ja, ja. Ich habe gar keine Niederziegel, Leute. Ja, ja. Hab ich gesehen. Die sind ja aus der Hand gerutscht. Also da ins Loch. Also nicht in das Loch, sondern in das Loch da. Dass die Hand ins Loch gerutscht. Irgendwie ist das gruselig hier. Wie im Knast. Aber jetzt gucken wir mal wo. Jetzt brauchen wir genau in die Mitte. Oh, das wird es ja eigentlich auch so gesehen. Warte, hier ist ja noch eine Reihe. Das wird das schwarze Loch. Genau. Jetzt brauchen wir... Guckuck. Guckuck. Wer sind sie? Ich bin der Mörder auf dem Rücksitz. Da haust du mich gerade mit der Axt. Fasset? Ja, hier. Verdammte Axt, ey. Echt mal. Guck mal, bald ist wieder Rotparty. So, jetzt brauchen wir die... Wie bei düstere Legenden. Wir brauchen jetzt die... Wechsel dein Auto. Wir brauchen jetzt die Mitte. Genau. Ich wechsel auch gleich mal dein Auto, du düstere Legenden. Ich wechsel dein Auto, hä? Ich steigst in dein Auto. Ach so. Und fährst los nichtsahnend und auf einmal blitzt irgendwas auf im Rückspiegel. Klinge der Axt im Licht des Gegenverkehrs. Oh, Entschuldigung, musst du so lachen. Nee, kennst du die nicht? Also, düstere Legenden. Das war eine Tötungsmethode in dem Film. Genau, hier müssen ja passieren. Der Typ ist dann auf dem Rücksitz gewesen, während sie getankt war oder so. Okay. Und eingenistet im Auto. Das ist ja... Da fällt gerade was ein. Wir brauchen sechs Hopper, oder neun. Ach, haben wir ja, oder? Ne, haut doch was nicht hin. Warte mal, ich hab nur vier hier gebrauchen, aber wir haben neun. Wir brauchen ein Viererloch. Warum machst du denn da ein Dreier? Äh... Ja gut, weil ich die Mitte besucht habe. Ach, das wird komisch. Ja, das wird eh komisch jetzt. Wie machen wir denn das am dümmsten? Ja, 3 auf 3er Loch machen, ne? Ja, dann müssen wir doch drei Hopper, also drei Dinger nehmen. Dann ist aber nicht die Beute zu klein. Oh, oder was? Oh, meint ich jetzt. Das ist gleich groß, oder? Das ist gleich groß, oder? Ja, das ist... Aber warum hab ich nur vier Trichter? Der hat noch neun, denk ich. Ja, ich hab da nicht alle mitgebracht, weil du gesagt hast, wir brauchen nur vier. Hm, dachte ich eigentlich. Dann hab ich die andere noch in die Kiste gelassen. Aber irgendwie hab ich mich vertan. Nein, da hole ich die noch mal. Weil irgendwas haut doch nicht hin gerade. Boah, Alter, ich komm hier nicht rausgeflogen. Trotzdem haut was nicht hin. Wieso? Was denn? Ja, trotzdem haut was nicht hin. Ich glaub, ich hab nicht der Zahl verrechnet, ich geh mal gucken. Es muss ja genauso werden wie die Tierfarm. Ja, also... Vier. Da haben wir was klar gehabt. Vier, fünf, sechs... Die ist viel, viel kleiner als... ...als wir ausgerechnet haben, glaub ich. Okay. Warum sind denn hier überhaupt steig? Ach so, die hab ich letztes Mal hingemacht. Kann ich wieder wegräumen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Die brauchen wir gar nicht elf. Okay. Gut. Obwohl mit dreien haben wir dann halt eins mehr, weißt du? Ja, ich wollte nur kurz sagen, das ist ja eigentlich nicht unbedingt dramatisch. Das sieht der Turm auch vielleicht ein bisschen besser aus, finde ich, als wenn er jetzt so ein Stixi mäßig da in die Höhe ragt, lieber so ein passives Fall. Das ist ja noch aber breiter. Dann muss das Loch... Ja. Was denn? Ähm... Hier haben wir zwei... Fünf breit. Okay. Ne, Quatsch. Drei breit, genau, ist richtig. Ich will ja hier keinen verwirren. Und oben muss das denn... Hast du das aber schon geschafft. Und oben muss das fünf breiten... Naja, ist ja so. Ist ja gar nicht mal so leicht. Ne, das stimmt. Genau, hast du die anderen Hoppe geholt? In die Problematik. Ja. Jetzt haben wir die Mitte. Ich hoffe, das klappte. Ich hab's ein ganz komisches Gefühl. Ja, hinter dir stehen sie. Liegen sie. Das ist voll doof, dass wir die jetzt schon setzen, ne? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich glaub, das würden wir auch... Ich glaub, erst müssen wir mit Kisten. Ja. Das kommt, glaub ich, noch dazu. Obwohl, die verbinden sich eigentlich... Weil die müssen ja hier eh miteinander verbunden sind. Also, die müssen ja nicht. Aber mit den Kisten ineinander runter. Warte mal, dann hol du mal ein paar Kisten, bitte. Ähm, Redstone und die... Oder was soll ich schon erholen gehen? Ja, irgendwo hat mal welche. Redstone und ähm, normale Kisten. Okay. Das wird jetzt komisch. Guck einfach mal. Wir brauchen mal, wo wir die gebunkert haben. Wer weiß, wo die sind, ey. Wer weiß, wo die sind. Irgendwas schießt schon wieder auf mich. Ich glaub, ich hab's ja gefunden. Echt? Ja, wie wir hatten. Achtouren und sechs Redstone wohnen. Liste reichen, hoff ich. Hau ab jetzt! Gib's mir mal bitte, ich bin hinter dir Blindschleiche. Und ich muss schon wieder Nase putzen. Ja, bitte. Oh, hallo! Bitte! Wenigstens das Mikro ausmachen. Boah! Ich hab das Mikro sowieso angehabt. Also du konntest mich nicht an. Guck mal, unser Ding ist wieder aus unter Feuer. Aber es liegt daran, weil wir grad... Da hab ich aber Druck auf den Ohren davon, ey. Das warst du gerade! Komischer Luke Skywalker. Da, auf Wader. Entschuldigung. Luke Skywalker, mein Name. Dann machen wir nämlich jetzt die Kisten hier irgendwie in der Luft. Warte mal, wir brauchen eine Verbindung. Ich bin der letzte Jedi-Ritter. Du bist der letzte Vollpfosten, ja. Ich kann dir ja mal mein Lichtschwert zeigen. Nein, danke! Ich hab andere Talente. Was? Mein Penis leuchtet in der Tür. Äh, hallo! Wir reden hier nicht über schlechtste Teile. Vor allem nicht über deine. Alter! Über deine? Ne, meine auch nicht. Schade. Wäre ein Kompromiss gewesen. So, ähm... Was mach ich denn jetzt? Soll ich noch mal höher bauen? Ich... Ich will der Luft eigentlich stehen. Ja, das... Hab ich mir auch immer gewünscht. Aber leider klappt das nicht. Doch! So. Die Luft soll mein Weg sein. Das geht. Du redest schon wieder. Würre zeig, ich glaube, du hast die falschen Medikamente. Hat noch gar keiner geholt. Also eine Zinktablette. Was redest du denn denn? Zendifiziert. Ne, ich glaub nicht. Das ist schon schlimmer. Das ist schon eine schlimmere Krankheit als zendifiziert. Das ist es auch. Sehen die Entzug. Oh Gott. Oh Gott. Ja, natürlich. Boah scheiße. Das geht mit den ganzen Truhen gar nicht. Wir müssen eine einzelne Truhe machen. Ah doch. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Geht das je jetzt hin? Oh, sieht das doch geil aus. So würde ich das gerne lassen. Einfach. Oh scheiße. Das geht nicht. Wie ich das will. Oh Mist. Guck mal, der hatte in der Schule und kannst ja mal schreiben Danke, supi. Das geht nicht mit den Kisten hier. Das muss ich anders machen. Muss ich hier lang machen. Potten. Genau. So, dann machen wir die Kästen hier lang. Der ist ja trotzdem verbunden. Der bringt die 80er und 90er zurück hinter die Jugend. Ja, genau. Jetzt gucken schon die Schüler hier unsere Videos im Unterricht. Ach so, wegen der Fein. Der bald der Fein, ne? Ich weiß es nicht. Oh, Schweine. Boah. Die Lehrer sind ja so faul. Ja, genau. Wir haben auch Videos geguckt, ne? Also, ich zoll mir das nicht. Du guckst ja meine Videos nicht mehr. Doch, doch. Ich hab angefangen zu gucken, aber da hast du beschrieben, dass ich fertig bin. Bei 8 Minuten war ich gewesen bei Division. Die anderen hab ich noch nicht geguckt. Jetzt kriegt dann gerne Truhe hin. Weil das guck ich erst, wenn ich meins fertig mache. Dann kann ich gerade die Beschreibung danach direkt das schreiben bei mir. Warum geht die letzte Truhe hier nicht hin? Ja, weil sie ein paar Bindungen zum alten Truhen hat. Ja, scheiße ist das da. Hier ist nämlich Red und normale und... Welche ist denn das hier? Die normale, wa? Man müsste hier... Ja. Das doofe ist, dann kriegen wir die ja nie wieder auf. Ah doch, von unten. Ach. Doch, geht doch. Die müssen ja dann auch nochmal verbunden werden. Das machen wir dann. Warte, mach ich hier ne Einzeltruhe. Und verbinde die da lang. Ist das kompliziert, oder? Oh, sein Mathelehrer hat sogar mitgeguckt. Echt? Echt, ja? Was sagt er? Kannst du einfach fragen? Der dachte auch, ach du Scheiße, was bringt die dir den Arm genommen bei? Ich glaub wir brauchen noch... Ne, doch nicht. Oh, klappt das jetzt? Ich hab geschrieben hier, aber das Beste soll ich ihm im Rechnen beibringen? Dem Wartelehrer soll ich... Ähm, wo ist denn hier der Ausgang? Hilfe, wo ist der Ausgang? Hilf mir! Ich bin gefangen. Soll ich dich rausfangen? Guck mal. Ja, hol mich raus. Hallo, komm raus. Sie sind ein Star. Guck mal, ich hab die zu... Entruhen so ein paar bunten. Kann ich meine Schankgitter öffnen? Was ist denn Schankgitter? Der fragt nicht in unserem Chat. Das ist ja mal mein Chat. Der sieht nur so aus wie unser. Weniger schreiben, mehr aufnehmen. Jetzt haben wir! Der weiß, dass wir jetzt aufnehmen, dass ich mir wirklich nicht schreibe. So, guck, jetzt hab ich das. Jetzt können wir die verbinden, nämlich mit den Hoppern. Der Hancock. Das wird... So, Hopper sind... Hast du das Loch wenigstens gelassen, dass wir mal wieder reinkommen? Ja. Gut. So, jetzt haben wir die Hopper hier. Genau, jetzt müssen wir nach oben bauen. Wie viel haben wir schon? Einen. Ah, da ist der Senkrog. 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 Genau, 22 hat er gesagt, ne? Die Juden sind geheim. Ey, was guckt ihr alle schon rüber? So, 22. Jetzt müssten wir ja eigentlich eine Wand hoch machen, ne? Um die Hopper rum. Gefällt nicht, ne? Ähm... Also, wieder ein Nähterziegel. Also, ich guck mal, das war dann die maximale Höhe von 22. Na, kannst du doch zählen, wenn ich jetzt hier unten anfange. Also, aufprallen müssen sie auf der 23, ne? So, 1, 2, 3, 4... Ja, ich glaub schon, ja. Bitte, 1, 2, 3, einfach nur 22 hoch. So, sind es 22. Nja, bam. Und so müssen wir jetzt nämlich das da rumbauen. Ey, dann haben wir ja noch so einen Nebenraum sozusagen. Ist doch ganz praktisch. Übrigens ist die Folge schon wieder zu Ende, ne? Wir haben nichts geschafft. Warte, wir machen noch ein paar Minütchen und dann... Ja, apropos, die Frage ist... Jetzt haben wir eine Gesamthöhe von 22. Das heißt, dort müssen sie quasi spawnen, auf dem Punkt, wo wir jetzt sind. Das heißt, der Turm muss eigentlich noch höher gehen, ne? Da müssen wir... Ja, 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 ja. Aber nicht viel höher. Ne, da können wir ja noch mal... Ne, da können wir das Ding zumachen, dann können wir das Kunstdruck quasi dann... Ja, ja, das machen wir aber dann. Wir machen erstmal die Höhe bis dahin. Mhm. Wie wird mein Handy hier andauernd? Ai, ai, ai... Bisschen machen wir... Nix, nix, nix... Achso, weißt du warum, Elisa, die postet schon wieder ihre Werbung. Die Elisa hat einen Kuchen oder was? Ja, ja. So, ich denke mal wir beenden auch die... Doch, die hat was nicht postet. Achso, du hast vielleicht noch andere Gruppen beim Market als ich. Keine Ahnung, das ist sie die ganze Zeit... Dann sagen wir mal danke wieder fürs Zuschauen und in der nächsten Folge bauen wir den Spawner weiter natürlich, den Spawner, also das Ding halt, die Mob-Farm. Genau. Und sagen, bis zum nächsten Mal mit dem Spucki wieder, dem Seng, nee, Senggong vielleicht und dem Kampfkrümel, ach nee, der ist ja weg wieder. Schon gut, Kampfkrümel nicht. Und der Sandy. Danke. Vielleicht. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.